Shit, jetzt geht gleich die Party auf. Um, let's go. Shadow blockt den Weg. Dann sende ihn zur Höhe und geh rein. Alles klar? Okay. Wahrscheinlich wäre es einfach mal ein Zeichen gewesen zu schießen. Okay. So, we'll keep him busy up top. Press forward. No! Ich brauche keine Waffe, Mann. Oh, shit. Ah, hier. Oder nicht? Johnny. Wenn ich den Weg, du kommst in. Das ist das, was wir gekommen sind. Alejandro! Es ist mir, Mann! Koronet, relax. Wir sind uns. Wir sind. Rudi! Ghost! Didn't think we leave you, did ya? Das tut you so long, pendejos! Let's scroll in with shadows, don't we hell ahead. Let's fight fire with fire. There's more vaqueros in the cells upstairs. Time to get him out. Let's go. You seen graves here? No. But I plan to pay that cabrón a special visit. Oh, me too. They have guards on all the floors. Be ready. Molotovs. I think we're clear. Los vaqueros are locked in these cells. Here we are, vaqueros. It's time to go. Let's go. Let's go. We're here, Mann. We're here, Mann. The doors are powered. The controls are in the command force across the hall. We're here. Oh, sorry. You heard him, Johnny. Get in there and unlock the doors. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ach, nur Kranaten! Ach, nur Kranaten! Ach, nur Kranaten! Fuuuck! Kranaten! 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 Sicher, dass es klar ist! Despejado, Coronel! Ja, ich brauche kurz ein bisschen Munition. Sorry, falls es gerade irgendwie ein bisschen leckt. Ich glaube, es leckt gerade ein bisschen. Ich wollte eigentlich den Shotgun... Ich habe ihn! Ich habe ihn! Der Fantasma ist einfach preparat. Auf dich, Kranu! Weapons hart, hermanos. Stairwell leads down and out. Wir werden mit den anderen mit dem, und dann fliehen wir hier weg. Technischen Fahrzeugen sind gesetzt. We need Ghost Planet Charger to help uns raus. Mit Johnny's help? Ich kann nicht auf Soap, Johnny. Doch. Nur Ghost kann das ausziehen. Drei, Zell. Take was du brauchst. Es ist eine wirkliche resistance, zu raus. Ja, komm, steh! Ja, komm, steh! Ja, komm, steh! Dann sind dann schade, Ja, komm, steh! Ja, enqu siendo Jungs! Das ist nicht das. Wir nehmen das Fertig. Lade nach. Brauch ein bisschen. Ja gut, so wäre es auch ge- So hätte es auch geklappt. Sonst noch jemand? Lass uns den Weg ab! Hooooly smokes! Oh wait, das ist ein Gründer Launcher! These Shadows are crazy! Mercenaries Johnny. Bloody wannabees, with his choir. Take anything we can do to stay in the fire, Johnny. I'm good. kurz mal refill die sieht noch schön aus und die kann ich nicht zwei Oik. Oik. Ouhh, nice. Normal. Oh mein Gott! Wow, nicht getroffen. Chit, 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 chit. Fuck, 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 fuck. Getroffen. Kein Treffe. Vielleicht ein Treffe. Einfach mal reinballern. Geht auch naisers. We need to get up and over that wall. Oh, shit. Captain Price. Okay. Wieder falsche Taste. Sorry. Good to see you, Captain. Ghost. Garrick. How did you know? Laswell. As soon as Shepard went dark, she called us. Laswell still saw it as a rock. Colonel Vargas. Meet Captain Price and Sergeant Garrick. Thanks for the assist. My main incoming fire. Gas. Soap. Ghost. Overwatch. Holy shit. Jetzt geht's ab. Komm schon. Erledigt ihn bitte. Ich muss nachlassen. Das ist genial. Ein Grenade Launcher. Lade nach. Kurz warten bitte. Und da ist auch ein kleiner Typ da unten noch Ja gut, die können hier auch durchschießen Hä? Keine Ahnung, auf was die schießen Jump down the wall, ach so, sorry No, schon wieder Sehr gut Hä? Ich habe es nicht gecheckt 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 Lass mich durch. Ja, wie? Das ist beschissen. What the fuck? Jump down the wall. Ich kann ja nicht über die Maut jumpen, man. Stehman Jesus, schau an das. Mehr Fahrzeuge, die kommen vom Großbruch! All right, los! Wir sind in den Bogen durch. Wout ihr euch? Wir holen euch. Wir fühlen euch! Wir fallen auf den Rogen! Wir fühlen euch! Schau, schau, schau! Ja, dann lass mich doch auch ans fucking Seil ran. Wie? Wie? Man kann keine Taste drücken, nix. Ist das Leben verpackt oder was ist das? Das ist demon jesus, schau an das. Noch ein Fahrzeug kommt von der Front. So, der Slack bin ich gerade mega. Jump down the wall, dann lasst mich doch runterjumpen, wie zum verfatzten Teufel. Wie? Ich kann nix drücken. Ey, das fuckt so ab. Ich glaube, es ist einfach verbuggt. Ich glaube, alle anderen sind jetzt weg und ich bin einfach noch hier. Ja, jetzt geht's plötzlich. Jetzt geht's plötzlich. Da war ein Punkt. What the fuck? Muss ich warten, bis alle anderen weg sind? Oder wie läuft das hier? Ich kann das Scheißspiel mal nicht so doof nachladen. Das ist ein Punkt. 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 Die W three moeten ausfangen. Die Untertitelung des ZDF, 2020 Was ich eigentlich werde ich glaube ich der sergeant aber Ja ich kann ja nicht Es funktioniert ja nicht ihr Vollidioten Lass mich mal durchkriegen hier Mir egal wenn hier jemand von euch stirbt Ich bin geschützt Was soll die Scheiße Das Spiel Sorry das Leber deckt mich jetzt mega auf Was soll die Scheiße Was soll die Schöne Was soll die Schöne Was soll die Schöne Das legt glaub ich grad mega Künftiger fps Lass mich kurz der andere Waffe grabben Lass mich durch Ich erschieß dich gleich Wie wenn ihr alle im Weg steht ihr Vollidioten Und keine Ahnung auf was ihr schießt Man sieht niemanden Lass mich Ich glaub es ist einfach völlig verbuggt hier Das ist sicher Verdolfel, du gehst das wir mit dem Roger das Captain, folge ich Kaffee Kaz, drive Auf ihn! Auf ihn! Go! Soak! Das ist es uns! Well done. Get it, Kaz. Shepard hat uns verbrannt. Er hat Graves in den Shadows zu töten, um uns zu retten. Wir wissen warum. Lassel did ein bisschen digging. Was hat sie gefunden? Die Wahrheit.